Ich habe heute einfach mal eine Super Mario Pizza probiert Und so sieht sie aus, das ist eine 4 Käse Deluxe Bin gespannt, also sieht schon sehr tasty aus Ja der Käse ist auf jeden Fall geil Ist auch an manchen Stellen ein bisschen süß Ich würde jetzt eigentlich mal sagen, für eine Fertigpizza schon eine 9,5 von 10